Mahlzeit auf dem Acker. Gerade angekommen, erstes Signal. Signal liegt dort. Da liegt das erste Signal. 85er war das. Und das sieht mir aus wie eine Münze. Einmal Münze. Oh, was ist das? Was ist denn das? Das ist wie ein Pfennig. Spuckenäppel haben wir da hier. Handschuhe habe ich eigentlich schon reinstecken. Ich habe noch gar nicht wirklich angefangen hier und schon kam das erste Signal. Was ist das? Königreich Sachsen. Ja, Königreich Sachsen. Hinten haben wir das Warten drauf. Das ist das Eckige. Mit Kronen oben drüber. Da dürfte das ein Pfennig sein. Um die, erkennt man es doch. 1856. Also ich bin hier gleich drei Meter neben dem Rand. Ich habe immer gedacht, hier kommt nicht mehr. Aber hier kommen Münzen. Auch das letzte Mal am Rand kamen noch Münzen. Und unterwegs wieder mit dem DS2 Edge Programm vom Stefan. Ja, mal sehen, was jetzt alles noch so zum Vorschein kommt. Akku ist natürlich von der Spule nicht mehr allzu voll. Mal sehen, wie lange die Spule reicht. Da ist es. Fernbedienung ist noch voll. Ja, ich habe noch einen Simplex im Auto und eine Quest Q30. 72. Wieder relativ nah am Weg. Doppelbing. Entweder was Flaches oder was Langes. Ich sehe es hier schon. Hier. Einmal Alu-Draht. 82er. Schönes Signal. Jetzt kann nämlich eine ganze Weile gar nichts. Wirklich nichts. Kein Signal. Gar nichts. 83er. Immer noch. Bitte sei was Schönes. Und kein Blech. Uah! Alter, ich dachte, eine Münze. Ein Knopf. Aber was für ein Oschi. Das als Münze, das war natürlich wieder der Hammer. Aber großer Bauernknopf. Blank. Nichts drauf zu sehen. Leider. Trotzdem ein Riesenteil. Ein Riesenknopf. Ja, hier unten ist es wirklich recht ruhig. Hier kommt irgendwie nicht viel. Ich werde das mal nach 20 Meter hier probieren und ansonsten gehe ich wieder hoch, wo die Signale stärker kamen. Klappe, die erste. Ein wunderschönes Signal. 69er. 69er Signal. Das klang jetzt zu mir auf Besurfen. 69er Signal. Das? Oh, Alufolie. Scheiß Signal. 78er. 78er Signal. Nummer 78er Signal. Einmal richtig reingreifen. Oh, nee, das ist irgendwas. Oh, sorry. Entschuldigen Sie bitte, junge Frau. Das ist doch wieder irgendwelcher Vörlefanz. Hä? Wo ist es denn? Ach, hier. Da. Oh. Nee. Ach, das ist doch wieder Verarschepoer, diesen Knopf. Aber versilberter Knopf. Ich dachte, das ist wieder eine Silbermünze, so eine große. Nichts, Silbermünze. Einmal Silberknopf. Versilberter Knopf. Öse ist abgebrochen. Einmal versilberter Knopf. 67. Nichts muss das Signal, aber ich sage immer wieder, das hat nichts zu sagen. Ich sage immer wieder, das hat nichts zu sagen. Ach, nee. Das hat was zu sagen. Das ist nämlich scheiße. Was ist denn das? Was ist denn das? Irgendwas? Was ist das? Hä? Alter, was ist denn das? Eine Zierleiste. Toll. Das heißt schleppen. Das war genau dasselbe Signal. Aber eine Schnalle. Eine kleine Schnalle. Sogar noch mit Steg. Oder nicht? Das ist der Dorn. Der Dorn ist auch noch dran. Ist aber nicht all zu alt. All zu alt. Eine kleine Schnalle. 81. Das klingt gut. Hoffentlich klingt das nicht bloß gut. Sondern ist auch gut. Was ist denn das? Ich sehe was. Knopf. 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 Oh, ich habe den Handschuh gar nicht wieder angezogen. Nach unserer kleinen Pause. Einmal Knopf blank mit Öse. Aber hier kommt wieder was auf der anderen Seite. Ein schönes. Was war das? Sporten abgehauen. Oh, der sitzt wohl hier im Dung. Sitzt das im Dung? Och nee. Och Manno. Och Manno. Ollo Deckel. Nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht Signal weg. Einfach weg. Wee, wee, weg. Das Signal, das war weg. 2,50er. Nichts. Aber ich gucke trotzdem noch. Es ist ja nicht so, dass ich von Signalen hier erschlagen werde. Oh. Ein Tubenhals. Was ist denn das? Was ist denn das? 67er Signal. Nichts. Nichts. Doch. Es ist. Nichts. Es ist ein Zinkplättchen mit Nägeln drin. Was ist denn das? Ach, das ist klar. Hier auch wieder ein Teil Monta Monika. Hier. Stimplättchen. Da sieht man die kleinen Stimplättchen hier. Das ist ein Zinkkorpus. Und die kleinen Stimplättchen, die sind ja aus Messing oder Kupfer. Ja, hier war die Monta Monika zusammen. Eine unscheinbare 72. Und, ach, ein Ohrenschlüssel. Ein Ohrenschlüssel einer Taschenuhr. Da ist es wohl nicht komplett. Das Ganze gebamselt zum Anhängen fehlt. Aber Ohrenschlüssel sind eigentlich immer schöne Funde. Was ist denn hier drauf? Guckt mal her. Das erkennt man gar nicht. Oh. Schwert mit Eichenlaub. So wie es aussieht. Das könnte ein Stab mit irgendwelchen anderen Mist sein. Aber wenn hier hinten ist ein... Das kann doch jetzt doch kein Golfspieler. Was ist denn das? Das ist ein Engel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht er schön aus. Mach mal ein Foto von. 64. Das klingt wie Eisen. Ne, hier. Das hier. Knopf. Einmal Knöpfchen. Ist ja was drauf, oder ist da einfach so verpickelt? Ja, so verpickelt. Ich kann ja nochmal hier mit dem Spuckennettel drüber gehen. Nö, da ist so verpickelt. Doppel, triple, quadro, bing hier. 49. Ganz niedriges. Aber, ich kann es euch mal zeigen. Und zwar hier. Guck die Münze raus. Reicht's wenig? Nein, reich's wenig. Deutsches Kaiserreich. Sehen wir am Geier hinten drauf. 89. Komm. Silbermünze. Komm raus aus der Erde. Was willst du denn auch in der Erde? Schönes, hohes Signal. Ist es das hier schon? Oh, was ist denn das schon wieder? Blei. Ein riesen... Aperillo. Schönes, schönes, klares. Das wird aber bestimmt auch das vorletzte Signal sein hier. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Und da heben wir uns das lieber auf, wenn es ein bisschen heller ist. Wird denn das? Das hier? Das will gleich wieder ins Loch zurück, weil es so ein Müll ist. Sieht aus wie ein Stück von einem Ventil. Ach nee, das ist so Rädchen von so einem Stift. Zuerst aus wie ein Gewinde. Ein Rädchen von einem Stift. 77. Knack. Ja, da haben wir doch bitte was gehabt. Münzen, Knöpfe. Schrott. Und hier, okay. Och. Jetzt dachte ich wieder an die Münze. Nee, das ist wieder so ein Pippus hier. Hab ich schon mal gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, was das sein soll. Mensch, was ist denn das? Ich hab das schon mal gehabt. Keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So stelle ich mich jetzt ein bisschen blöd an. Aber sowas hab ich schon mal gehabt. Das war ein 5, 6. Erkennung muss das Signal. Irgendwas kleines, hä? Ach, hier. Da ist es, das Signal. Ein toter Zinker. Da ist sogar noch der 1 drauf zu erkennen. Das war ein Pfennig. Drittes Reich. Ein Reichsszimmer. Ja, das war auch eine Tube. Da ist sogar noch der Deckel drauf. Guck mal den abgeschraubt. Den kriegst du sogar noch abgeschraubt. Nee, ich hab ihn abgedreht. Entschuldige bitte, Tube. So, hab ich eine Miettasche. Ein 82er. Das machen wir gleich zum letzten Signal. Da danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. War eine schöne Runde. Danke an die Kamerafrau. 82? Was sind die 82? Hier, da ist es. Das finale Signal ist eine Münze. Das finale Signal ist eine Münze. Und es ist eine Kupfermünze. Was ist denn das? Ein Pfennig, Königreich Sachsen. 1.800 und Ich kann es nicht mehr erkennen. Ein Pfennig, Königreich Sachsen. Das ist das finale Signal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auch bei dem shit. Tschüss, ho! Ja. Das matschensel. Harbeiß. Unsere幸e. Die amenitiesuanend. Oh, da ist mein灰 assemblary welche? Oh, da ist'm Hipp. Bis zum nächsten Mal.